Sehr schnelle Lieferung, Produkt vollständig übernommen. Das Schwitzen hat super funktioniert. Also er heizt sehr gut. Mondhage einfach und gut beschrieben. Manko, keine Tropftasse und der Temperatursensor kann nur in Verbindung von dem Überhitzungs-Senior montiert werden. Somit stimmt die Temperaturanzeige leider mit der Raumtemperaturanzeige nicht überein, da der Sensor direkt über dem Ofen montiert werden soll. Lesen Sie weiter. Schöne Lieferung. Einfache Bedienung der Steuerung. Preis-Leistung sehr gut. Wir haben den Ofen seit 5 Monaten in Betrieb und sind da zufrieden. Alles funktioniert einwandfrei. Gute Qualität. Sehr zufrieden. Nach Anfängen. Lieferproblemen, für die der Verkäufer wohl keine Schuld hatte, hat Herr Berghaus das Problem sehr schnell zu meiner Zufriedenheit gelöst. Nachdem die Sauna erst eins mal benutzt wurde, kann ich nur sagen, Ofen ist zwar sehr einfach, aber er funktioniert, auch die Temperatur ist schnell erreicht. Die Steuerung ist meiner Meinung nach etwas kompliziert, aber funktioniert. Über Garantileistungen kann ich noch nichts sagen, da der Fall hoffentlich nicht eintreten wird. Kann man nur weiter empfehlen. Der Ofen war zufällig der gleiche Hersteller, wenn der auch wieder 20 Jahre hält ist alles gut, die Steuerung ist selbst erklärend hat alle Grundfunktionen die man braucht. Übersichtliches Format, Heizleistung gut. Steuerung, wenn man sich dran gewöhnt hat, okay. Es hätten 2 Kilogramm mehr Steine dabei sein Kunen. Ebenso wäre eine Tropf Schlee aus Alu oder Inox für unten drunter gut gewesen. Aber insgesamt okay, Lieferung schnell und gut verpackt. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten. Schönen, 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 Schönen und Schönen Outro